Willkommen in Neuruppin. In diesem Video werdet ihr wunderschöne Ausschnitte von der Natur, von den Seenplatten, aber auch von der Ortschaft selbst kennenlernen. Daher werde ich mich jetzt auf den Weg machen und für euch mit der Kamera eine schöne Tour durch Neuruppin machen und für euch dieses Video fertigstellen. Untertitelung des ZDF, 2020 Neuruppin ist übrigens auch bekannt dafür, für die wunderschönen Seenplatten, für die wunderschönen Wälder, die Felder, auch den Outsbald und die Pilzwälder. Besucht doch einfach mal Neuruppin, habt einen schönen Urlaub, eure Kinder werden es genießen, eure Kinder werden sich erholen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Sollte Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020